Im Fall Greichen hält Bundeswirtschaftsminister Habeck an seinem Staatssekretär fest. Der Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energieagentur wird unter dessen Neu ausgeschrieben. Dies hat das Aufsichtsgremium einvernehmlich beschlossen, wie die Energieagentur mitteilte. Anlass der Neuausschreibung ist, dass der eigentlich für die Position vorgesehene Schäfer mit Greichen eng befreundet und sogar dessen Trauzeuge ist. Bei der Auswahl der Position wirkte Habecks Staatssekretär Greichen jedoch mit. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.